Jeder, der auch nur halbwegs was mit Star Wars am Hut hat, wird den legendären Jedi-Großmeister Yoda kennen. Heute geht es darum, wie viel wir wirklich von ihm wissen. Viel Spaß! Hallo Star Wars Fans und willkommen zu den Todesstern News. Die Idee für dieses Video hatte übrigens Ali Maidogdu, also vielen Dank dafür. Vor allem über Yodas frühe Jahre gibt es sehr wenige Informationen. Seine Spezies ist unbekannt, aber dank Yaddle wissen wir, dass es mehr von seiner Art gibt. Er wurde 896 Jahre vor der Schlacht von Yawon auf einem unbekannten Planeten geboren. Dank seinen hohen Medi-Glorianwerten war er einer der machtintensivsten Jedi seiner Zeit. Er wurde auf einem unbekannten Planeten von dem Jedi-Meister Nagarta de Gormo ausgebildet. Über Yodas erste Jahrhunderte als Jedi ist er wenig bekannt. Im Laufe seines langen Lebens erlebte Yoda viele Abenteuer, zum Beispiel bekämpfte er noch als Padawa mit seinem Meister eine Gruppe von dunklen Jedi, nämlich die Schwarzen Ritter. Mit 700 Jahren stürzten er und eine Gruppe von Jünglingen auf dem Planeten Daphomir, Daphmos, Heimatplaneten ab. Nur durch seine Weisheit gelang es der Gruppe, den Planeten zu entkommen. 44 Jahre vor der Schlacht von Yawon wurde sogar ein Mordanschlag auf Yoda verübt. Qui-Gons ehemaliger Schüler Xanathos war dafür verantwortlich und wurde nie gefasst. In seinem späteren Leben hat Yoda viele Entscheidungen getroffen, die das Schicksal der gesamten Galaxis beeinflussen sollten. 32 Jahre vor der Schlacht von Yawon entscheidete Yoda über Anakin Skywalker's Aufnahme in den Jedi-Orden. Diese Entscheidung würde später fast alle Jedi töten, aber auch die Macht ins Gleichgewicht bringen. Ein entscheidender Fehler war, nicht auf Kondoku zu hören, der die Jedi warnte, dass sich der Senat unter der Kontrolle eines Sith-Flots befindet. Yoda war der Jedi, der entdeckt hatte, dass ein Jedi nach dem Tod eins mit der Macht werden kann. Während einer Meditation hörte er Qui-Gons Stimme. Zuerst hielte er es für eine Vision, doch Qui-Gon ließ Yoda und die Gegenstände um ihn herum schweben. Das veranlasst ihn zu glauben, dass man nach dem Tod eins mit der Macht werden könnte. Eine Fähigkeit, die er später selbst erlernen würde. Viele würden Yoda als den perfekten Jedi sehen, doch auch er hatte eine dunkle Seite, die er jedoch akzeptierte und besiegte. Yoda war einer der wenigen Jedi, die Order 66 überlebten. Nachdem er es jedoch nicht schaffte, den Imperator zu stoppen, ging er ins Exil nach Dagobah. Kurz vor Judas Tod kam Luke Skywalker nach Dagobah, um ein Jedi-Ritter zu werden. Yoda hatte die gleichen Bedenken wie bei Anakin und bildete ihn persönlich aus. Das war eine seiner weitesten Entscheidungen, da Luke seinen Vater erlöste und die Macht ins Gleichgewicht brachte. Und zu guter Letzt wollte ich auf jeden Fall noch erwähnen, Yoda war ein krasser Hip-Hop-Dancer. Wenn euch das Video gefallen hat, würde es mich sehr freuen, wenn ihr ein Like da lassen könntet. Bei den Todeschein-News gibt es zweimal in der Woche Videos zu Star Wars, also abonniert den Kanal, wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt. Aber jetzt bedanke ich mich herzlich fürs Zuschauen, möge die Macht mit euch sein.